der nächste talk auf den freue ich mich bereits und ich weiß warum ihr alle hier seid dann mich freut das auch denn ich besitze einen gameboy und ich bin sehr stolz darauf ich habe ihn bei mir daheim und manchmal benutze ich ihn heute benutze ich natürlich einen emulator und es gibt ich habe natürlich nur roms von den kassetten die mir tatsächlich gehören so muss das laufen mein lieblingsspiel auf dem gameboy ist das erste um das deutlich zu machen ist megaman 2 mario land und mystic quest und wer damit nicht dieselbe meinung hat ihr kennt mich nicht jetzt kommt der ultimative gameboy talk ich freue mich wirklich sehr als speaker haben wir michael style und er hatte schon am 25 33 einen guten talk den ultimativen commodore 64 talk und jetzt hat er den ultimativen gameboy talk ich freue mich sehr täglich abt er an betriebssystemtechnologie und nacht hackt er alte systeme und früher hat er spielkonsolen gehabt eine große runde von applaus an mike hallo zusammen ich bin michael style das ist der ultimative gameboy talk die idee des talks ist es so viel wie möglich über all die möglichen hardware details die ich in 60 minuten reinpressen kann alles über den gameboy 60 minuten habe ich 200 slides 800 800 baustile vielleicht ist die informationsdichte höher als sonst also gehen wir los der gameboy talk ist im kontext eine ganze reihe von talks die ich schon vor acht jahren bekomme der commodore 64 talk und andere leute haben über den atari 2006 und gesprochen den galaxia und den amiga 500 jetzt ist es meine runde wieder mal ich habe den gameboy ausgesucht warum ist der gameboy so interessant sie haben ganz ganz viele systeme verkauft gameboy gameboy color und 800 modelle überhaupt der gameboy advanced ist kompatibel bis auf den gameboy micro dann insgesamt wurden 200 millionen systeme verkauft es gab ungefähr 1600 offizielle spiele und sie wurden von 1989 bis 2003 verkauft wenn ihr die kompatiblen zählt dann wurden die die acht mit kompatiblen wurden bis 2009 verkauft das ist 20 jahres ziemlich beeindruckt schauen wir an den wettbewerb direkt nach dem gameboy gab es den links den gamegear und den turbo express die hatten alle eins gemeinsam sie hatten einen farbbildschirm einen sehr guten colorscreen farbbildschirm aber sie hatten ihre batterie hatten nicht so lange gehalten der gameboy hat 15 stunden gehalten aber der kompromiss war der bildschirm sah so aus und man konnte manche sachen schwer erkennen sobald scrolling im spiel war das trifft nicht auf alle modelle zu es gibt wirklich sehr viele der originale wird am laxen hergestellt das ist der sogenannte dmg 01 das hieß dort matrix game das war der erste codename 1996 war das der gameboy pocket er hatte einen besseren bildschirm der war kleiner der mgb 1 der wurde nur in japan verkauft und der gameboy color der hatte doppelt so viel leistung dann gab es den gameboy advanced das war eine komplett andere architektur das war eine arm cpu aber sie waren 100 prozent rückwärts kompatibel zu gameboy und gameboy color der gameboy advanced sp davon gab es zwei modelle ihr möchtet den mgs 101 der hat ein backlight kein frontlight und nintendo war immer vor ihrer zeit sie haben nicht nur man hat einen adapter gebraucht um seine kopfhörer einzustecken sie waren also vor allen anderen der technologie voraus wenn ihr gameboy spiele spielen wollt auf einem normalen fernseher spielen wollt es gibt zwei optionen ihr benutzt entweder ein ms super nintendo oder steckt ein super gameboy 1 es gab nur einen den gab es wirklich nur in japan und den gameboy player für den nintendo gamecube und die hatten komplette gameboy hardware mittendrin und man hat das nur sozusagen die gibt die pixel einfach auf den bitschirm aus was ist ein gameboy er hat einen 2.5 inch screen einen mono speaker man kann stereo über die kopfhörer kriegen er hat einen connector das sondern zwei gamers verbinden kann lautstärke und kontrast hinten geht das spiel rein und dort kommen die batterien rein und so sieht ein spiel aus die meisten spiele sind nur rom chips mehr gibt es dazu nicht zu sagen spezifikationen was sind die spezifikationen des gameboys vergleichen wir den gameboy mit anderen systemen die cpu ist eine 1 megahertz 8 bit cpu manche sagen hey das ist eine 4 megahertz cpu aber das waren echt spätere modelle es gab 8 kilobyte für spiele das war damals genug es hatte vram 8 kilobyte sehr wenig auflösung 160 x 144 die war sehr schlecht aber auf einem bildschirm der größe merkt man das nicht wirklich es hat vier unterschiedliche farben oder farbtöne das sind vier grautöne und es hat zehn sprites pro linie pro reihe wenn ihr das vergleich mit einem anderen system dann ist klar dass der gameboy sehr fortschrittlicher war als andere systeme seiner zeit aber es liegt natürlich nicht auf der ebene eines super nintendo es ist wie so ein standard netto tendo system aber das witzige ist weil diese ganzen anderen personen in den der gamebook haben circa 1980 raus und er war und kompatibel habe der bus 2009 gebaut das ist eigentlich das interessante daran es ist ein 8 bit system aber es ist das letzte 8 bit system was hergestellt wurde und allgemein verwendet wurde schauen wir mal rein das bord auf dem rechten ist nicht so spannend wenn ihr es vorne anschaut so sieht das aus dass das lcd drauf der lautsprecher die knöpfe und das bord auf der rückseite ist viel interessanter hier könnt ihr drei chips sehen das ist der originale gameboy zwei rahm chips einer ist für die cpu der andere ist für die für video und ein großer chip das nennt sich der dmg cpu das ist der soc system on a chip also was ihr normalerweise hier ganz viele chips erwarten würdet hier tatsächlich gibt es nur einen einzigen chip das ist eben der gameboy chip vergleichen wir das mal mit anderen boards der super gameboy hat einen sehr ähnlichen chips das ist zu 99 prozent identisch der gameboy pocket ist ein bisschen optimiert hat nur ein ram chip der gameboy light ist nicht anders das ist nur ein anderes modell hat aber ein backlight dann gibt es den super gameboy 2 der passiert auf dem gameboy pocket und so sieht der gameboy color aus sie haben nur all diesen großen chip der fast alles macht aber was ist denn das das ist was spezielles ihr erkennt das eventuell nicht anhand der das ist ein der sogenannte gb boy das sind companies die den gameboy geklont haben aber das ist der perfekte clone da wurde der das original nachgebaut der original soc es ist ein chinesischer gameboy den kann man heute noch kaufen der kostet ungefähr 30 bis 35 dollar auf ebay schade die meisten spiele funktionieren nicht weil der falsch getaktet ist erst vier prozent zu schnell gehen wir zurück zum board der dmg cpu die uns am meisten interessiert die macht alles auf dem system was ist denn da drin also zum meint ein cpu kern interrup controller zähler speicher boot rom und die ganzen peripherie also der io prozessor das joypad und für das kabel um mit den anderen gamers zu reden und der video controller und ton sprechen wir über die cpu historisch gesehen war der gameboy von 1989 zwischen der end wurde zwischen der nr s verkauft 1983 und der super nr s 1990 und die nr s kam mit einem 6502 die super nr s kam mit einem 65 18 16 das ist eine 16 bit version der selben cpu der gameboy kommt mit dem sharp lr 3500 was ist das eigentlich dieser kern das ist komplett anders es ist ähnlich wie ein intel 80 80 und im zilog z18 aber es ist nichts von beiden beide diese architekturen sind interessant weil der 80 80 war wurde in dem altür verwendet das ist der erste computer wo bill gates software geschrieben hat und jeder andere computer jedes andere jeder andere heimcomputer also eine sehr erfolgreiche architektur wenn ihr euch das vorstellt das ist das feature set des 80 80 und das ist das feature set das z80 der z80 ist also 100 prozent rückwärts kompatibel und das ist die sharp cpu die gameboy cpu es gibt die kernarchitektur ist die gleiche wie vom intel 80 80 die kernfunktion des register set die befehle das ist das gleiche aber es gibt ein paar features die nicht supported sind es hat aber ein paar features vom z80 aber nicht die meisten davon nur ein teil und dann haben sie noch ein paar features dazu gemacht gehen wir die mal durch schauen wir uns die kernarchitektur an das 80 80 das hat diese register es gibt einen akkumulator der macht die ganze arithmetik das gibt die flags die flaggen das hat nur zwei nützliche flaggen die null und die carry flag im gameboy modul und die anderen sind nicht wichtig und dann gibt es noch die erstlichen buchstaben das sind acht bit register aber das interessante ist die aber die können kombiniert werden b und c und de können kombiniert werden ihr habt also 16 register die ihr verwenden könnt als pointer zum beispiel es gibt vier 16 bit register die können paar sachen und sieben acht bit register und einen sonderen fall das ist das memory location das ist der hl register den kann man statt jeden anderen register verwenden in jedem befehl das ist sehr nett das sind die befehle es gibt schreiben und lesen load and store man kann direkt und indirekt schreiben es gibt den stack ist 16 bit man kann nur 16 bit register verwenden das ist die arithmetik und die logik font nur der akkumulator kann die meisten sachen bis auf inkrementives und dekrematives das funktioniert auch mit den 16 bit register rotate ratieren control flow kontroll weg kondition und indirekt und noch paar optionale funktionen zusätzliche funktionen was ist das interrupt modell meistens würdet ihr einen interrupt vektor damals erwarten aber das ist weder noch keins von beiden statt dass man über einen vektor springt springt es an eine fixe position am beginn des rahms und für die unterschiedlichen sachen im interrupt springt er an spezifische position dann gibt es ein paar software interrupts und man kann mit denen springen mit besonderen instruktionen und rst zero ist das besonderes das ist das reset wenn ihr eine 80 80 einschaltet dann beginnt er an dieser stelle wollen wir über die unsupporteten 80 80 features sprechen das sind die flags das 80 80 hat zwei extra flags das ist die sign flag und die parity flag die braucht man nicht so wirklich die werden nicht unterstützt und es gibt zusätzliche sie haben sich da entschieden die nicht einzubauen den port io zum beispiel haben sie weggelassen ihr kennt das vom 80 80 86 das hat den port space aber es wird auch hier nicht support weil das weil er stattdessen memory mapped io verwendet bei z80 hatte viele rotierfunktionen und bit shift bit testing settings und resetting befehle die werden alle unterstützt und der relative sprung der ist bisschen mehr optimiert als der normale sprung und return vom interrupt das ist nur alles unterstützt wird alles andere ist das interessante was nicht unterstützt wird der ist das sekundäre register set weitere features und auto increment loop instructions also schleifen aber es hat ein paar features die das ersetzen also nur im gameball prozessor es gibt eine post increment und decrement das heißt wenn ihr mem speicher zugreifen wollt wo er hat hl hin zeigt könnt ihr da hoch und unter gehen es gibt auch das konzept einer null seite einer zero page das ist bisschen das ist nicht die seite null das ist die oberste seite im rahmen das ist ein konzept das man vom 56.2 übernommen wird das ist optimierte befehle die für speicher zugriff sind ganz oben im speicher man braucht 3 bytes um vom ff4 zu laden aber man kann das rekodieren und dann hat man nur drei zyklen und ihr müsst natürlich da irgendwas nützliches hin tun wo es was ihr dringend braucht es gibt ein paar stack instructions stack befehle ihr könnt die nibbles austauschen ihr könnt es gibt ein befehl für stromsparen so sieht die opcode tabelle aus nur damit ihr so eine idee habt was die farben bedeuten das ist orthogonal es gibt wenige befehle die nicht verwendet werden und ein paar davon stützen einfach ab interessantes design das ist was besonderes das ist cb das ist ein prefix das hat nochmal 256 weitere opcodes das ist für rotate und shift die man sich vom c80 geholt hat und die weiteren befehle zum swappen für das weitere befehle nur ein beispiel das lädt von einer fixen adresse braucht drei bytes 16 uhr zyklen bei 4 mh aber dem internet ist unklar sollen das jetzt vier megahertz sein oder ein megahertz sein weil all diese zeiten kann man durch vier teilen aber das liegt daran dieses ganze system die ganze cpu hängt am speicher sie kann nur so schnell rechnen wie der speicher die daten liefert wir können jetzt selbst sagen das ist eine cpu die hat ein megahertz und sie braucht immer vier glockzyklen rechenzyklen enthält anderen systemen die ebenfalls eine 1 mh cpu in der theorie ja das ist eine 4 megahertz cpu das rahmen läuft ein megahertz die ppu die zeichen das zeichengerät macht vier megahertz und das v-rahmen macht zwei megahertz ist ein bisschen kompliziert aber meist die meiste zeit läuft alles das meiste ist wirklich ein megahertz nur wenn wir aber exakt sind das ist nicht genau ein megahertz das ist ein sogenanntes snippyhertz sie haben es aus irgendeinem grund nicht base 10 verwendet sie haben base 2 verwendet das ist schön wenn ich nun über zyklen rede maschinen zyklen das ist immer ein megahertz so bezeichne ich das jetzt das ist eine 16 bit cpu eine 8 bit cpu sorry die einen 16 bit adressraum hat wegen der 16 bit pointer sie hat 64 kilobyte das ist alles was er sehen kann 32 kilobyte ist der rom das kommt direkt von der cartridge das wird einfach rüber gezogen es gibt das boot rom video ram externes ram das kommt auch von der karte kommen optional das interne ram und bisschen freiraum der kümmert sich um andere sachen wenn wir uns ganz genau angucken ganz oben gibt es es gibt eine seite oa1 ram das ist sonder ram für video das vom video ram getrennt wird wir sprechen später darüber und die letzte seite ist die null seite hat die hat den bereich die ganzen register für peripherie sound und video und 120 byte für cpu so dass das heißt dass das die spiele nur 32 kilobyte haben können also manche brauchen das nur tetris zum beispiel hat man auch nur ein chip relativ einfach herzustellen andere spiele können können praktisch auch bis zu zwei megabyte hoch geht theoretisch gibt es keine mit das geht indem es eine zweite memory bank gibt auf der kartusche die banks austauschen können das ist sehr verbreitet praktisch gesehen kann die sehr unterschiedlich sein aber es funktioniert meistens so die niedrigste bank ist immer die bank 0 auf der rom und darauf können sie dann mehrere banks drauf mappen das wird kontrolliert indem values in die rom location reingedings gepasst werden der externe ram da trifft das auf zu wenn man für speicherspiele mehr platz braucht dann kann da mehr ram drauf gemappt werden wie man sieht und was ist das mit diesem boot rom die cpu läuft auf ort 0 in memory da kommt dieser nintendo sound her der boot rom ist in den gameboy reingebaut das hat ein bisschen gebraucht um das rauszukriegen hat wirklich viel getan das war ich nicht was tut das ist der ganze boot rom sound das logo kommt der decode dann scrollt das logo das spiel das design und dann vergleicht es interessanterweise das logo und das spiel hat diese kopie da drin und wenn das sich nicht übereinstimmt dann bootet das spiel nicht nintendo konnte also kontrollieren welche spiele für die plattform released werden weil jedes weil diese diese dieses logo nicht nur eine copyright sondern auch ein trademark violation wäre wenn du nicht die permissions hast dann ein spiel dafür zu machen da gibt es auch wird auch dieser header geschenkt und dann wird der rom wieder ausgetaucht ausgeschaltet und dann geht es drinnen weiter dieses logo wird direkt von der cartridge gezeigt wenn du ein gameboy ohne zeigst das heißt aber nicht dass ein spiel oder eine application jedes logo da rein tun könnte das würde dann einfach nicht booten es gibt kein clean up code das system wird nicht gemacht deshalb wird dann auch irgendwie was weiteres drauf getan dem ausspielen auch gerne mit so nintendo logo auf spielen dann machen wir halt was damit das ist sehr witzig der boot rom läuft bis zur letzten instruktion die den boot rom ausschaltet und an diesem punkt auch selbst wenn man sich nur die erste sein dann sieht ist da game data drin da geht es hier weiter das läuft einfach weiter bis zur nächsten instruktion des spiels und es springt einfach hin da ist nämlich ein header der spezifiziert ist um da zu sein das ist dann das das logo die checksumme drin das war wichtig für die entwickler für die game aus relativ egal und danach kommt dann mehr eigentliche spiel daten wo ich noch nicht drauf geguckt habe ist das io und hram ganz oben im system die die zero page die man ganz effizient zugreifen kann hier oben ist extra ram und ein bisschen rein gestreut hier drin sind verschiedene devices das sind die ganzen controller im system zum beispiel pixel processor time processor und so weiter aber wenn wir jetzt ist der joypad input das ist ganz einfach das sind die inputs die der spiel gameboy hat das sind 4 buttons mit 8 richtungen wir können das mit 6 gpios machen 2 säulen 4 rein und aus den genau man kann das nach raus lesen welcher klopf gedrückt wurde also 6 und nicht 8 das war alles für die knöpfe relativ einfach serial datentransfer man kann die dinge mit dem link cable zusammentun das war einfach nur ein kabel mit daten in eine richtung und dann eine kabel mit daten in andere richtungen und einen dritten für die uhr also um das zu synchronisieren das sind also die bits die das kontrollieren das sind immer 8 kilohertz und was reinkommt kann wirklich viel sein fast ein halbes megahertz und sobald das losgeht losgeht werden die da durchgegangen die bytes und ja der timer wie das system hat es ein timer es gibt nur einen timer der modellierte register da kommt der startwert rein und dann kann man einen von drei vier verschiedenen geschwindigkeiten nehmen und das kalkuliert dann hoch bis es über overflow hat und dann wird das module neu gestartet also dann wird ein interrupt gesteuert der interrupt controller unterstützt für fünf verschiedene interrupts per pixel processing wir haben den timer schon gesehen der interruptet wenn ein byte kommt und lcd start wenn ein button gedrückt wird dann haben wir ein flag register wo du siehst welcher interrupt noch ausgeführt werden muss und da springen dann die verschiedenen interrupts du musst dich herausfinden welcher interrupt das war weil die zu verschiedenen locations springen der soundcontroller soundcontroller hat die im allermeisten register weil da vier stimmen drin sind und die alle unterschiedlich sind so können wir es vielleicht besser angucken vier stimmen jemals fünf register und die haben alle verschiedene bedeutungen aber die bedeutungen sind relativ grob das sind vier stimmen die sind nicht ungleich ganz die gleichen da sind zwei sehr ähnliche und eine die Welle und eine die Geräusche heißen und die Bits hier sind auch ähnlich aber sie sind auch nicht dieselben call-off anwähle ich was die Bits in diesen Registern bedeuten die Leute die Sachen die es häufiger gibt alles was ein Trigger-Bit hat macht die Stimme an du kannst es auch wieder ausschalten aber das ist ein Länge-Bit und ein Länge-Register das kannst du also noch eine Viertelsekunde ausschalten die ist der Wave-Register das ist der einfachste die Idee ist, dass du jede Soundwelle spielen kannst es hat ein 16-Bit-Register das sind 32 Entries und jede Wellenform rein, auf die du Lust hast die 32 Slots hier sind also ein paar Beispiele ein Sawtooth aus einer ganz einfacher Wellenform könnte ein Zein haben ein Sinus oder irgendwas ist also relativ flexibel die Frequenz die die Höhe reguliert also wie schnell diese Welle ist zwei Bits mehr wo du dann laut Stärke reinstellen kannst in verschiedenen Stufen hier sind die beiden Puls-Register die sind relativ ähnlich die Bits sind alle die gleichen und verhalten sich auch gleich du kannst eine Wellenform hier nicht spezifizieren die ist ein bisschen fix ist immer ein Puls also immer hoch und tief in verschiedenen Ratios Verhältnissen diese beiden Bits zeigen wie die Ratios so sein sollen 2.5 High der Rest ist Low 25% 50 und 75 sollte genauso klingen wie 25 nur umgekehrt das kann mit jedem von diesen Registern machen und es die Lautstärke kann auch hoch oder runter gehen das runter geht ist relativ ähnlich verbreitet bei Emulatoren nur die erste Puls-Voice hat auch dieses Frequenz-Sweep kannst du hoch oder runter das ist meistens für Sound-Effekte das ist meistens für Sound-Effekte da gibt es noch ein paar Effekte und eine vierte Stimme und eine vierte Stimme die nur Noise kann das macht einfach ein paar Pseudo-Random-Nummern also Zahlen und ob du es zu 15- oder 7-Bit-Modus gestellt hast macht es eine oder zwei verschiedene Waveforms das ist 15-Bit dann das ist 7 das sind also die ganzen Register verschiedene Stimmen und drei mit generell für generelle Sachen benutzt wird und die Cartridges können ihre eigenen Audio-Controller haben die ein Analog-Signal raus sind was man da rein tut aber das hat kein Spiel hier gemacht und es gibt ein Register die uns sagt ob die Stimme links oder rechts sein soll oder beiden oder nirgends das ist der Power-Bit wenn du das ausschaltest dann sparst du ein bisschen Energie Gameboy wurde nicht einfach nur für Spieler benutzt Leute machen immer noch Musik dafür zum Beispiel in Little Sound DJ ich zeige euch mal ein kleines Beispiel so funktioniert der Sound lasst uns über den Pixel-Prozessor reden das ist das Ding, die Grafik macht hat 12 Register, das ist nicht viel aber schauen wir uns das genau an die Spezifikationen wir haben es schon vorher gesprochen 160x144 Pixel das ist nicht viel 4 Stufen von Grau das sind 4 schlechte Stufen von Grün die späteren Modell waren besser das ist 8x8 sogenannte Tiles er hat 8KB Video-Ram er hat 8KB Video-Ram das sind 8x8 Pixel-Stücke alles ist irgendwie quadratisch auch bei anderen Spielen wir können da ein Muster drüber legen es gibt sich immer wiederholende Muster auch bei Super Mario Land da ist das ganz offensichtlich es hat nicht so viele von diesen Tiles aber selbst bei sowas wie Donkey Kong Land sobald wir das Muster drüber legen da gibt es irgendwelche Wiederholungen aber sie haben das sehr gut versteckt und manche Spiele, die spielen mit dem Konzept in Turrican es füllt den Spiel mit diesen Tiles ein Teil ist 8x8 Pixel es hat 4 Farben wie alle anderen auch diese Farben sind dekodiert 0 0 0 1 1 0 und 1 1 schauen wir uns an wie die Encodierung gemacht wird schaut euch die erste Linie an das ist eine Binärnummer 0 2 FF jede Linie Pixel braucht ihr 2 Bytes und insgesamt brauchen wir 16 Bytes um 1 dieser Tiles zu beschreiben die Reihenfolge der Farben macht nicht unbedingt Sinn weil ihr diese Palette selber erstellen könnt es gibt ein 2 bis 2 Bit Mapping für diese Hintergrundteils für die Hintergrundquartrate die grundlegenden Farben sind 0 0 ist schwarz und 1 1 ist 0 0 ist weiß 1 1 ist schwarz ich kann jede Palette verwenden und ich kann die auch erneut verwenden da bin ich frei es gibt 256 vorgefährte Details 2 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 6 6 7 10 10 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 6 5 6 6 6 6 7 7 8 9 10 10 10 10 11 11 12 12 12 13 14 14 15 15 15 14 14 15 15 15 16 15 16 16 16 20 15 21 21 21 22 22 von oben oder mal unten nach unten. Es gibt keine Transparenz. Man tut das entweder nach unten oder man tut es nach rechts. Es ist einfach nur ein Overlay und wird vom Scrollen nicht beeinflusst. Und das wird für die Punktzahlen verwendet, die man am unten anstellen. Das ist sehr einfach, schön zu machen für Spiele. Ihr könnt es auch rechts hin tun. Das sind Gameboy-Color-Spiele, aber das funktioniert auf dem normalen Gameboy genauso. Und es gibt noch eine Ebene über dem Fenster. Das sind die sogenannten Sprites. Die passen nicht in das 8x8-Raster rein. Man kann sie überall hin tun. Wir haben hier drei Sprites. Nintendo nennt sie Objects oder OBJ. Ich nenne sie einfach Sprites, weil alle Leute sie Sprites nennen. Schauen wir uns diesen Goomba an. Jeder Sprite hat ein paar Attribute. Es gibt den sogenannten OAM, Object Attribute Map. Das ist ein OAM Entry-Eintrag. Das sind die Werte. Das eine ist die Position X. Wenn wir ihn ganz links hin tun, dann würde man erwarten, dass er die horizontale Position 0 hat. Das ist aber 8. Wenn wir es an 4 tun, ist es zur Hälfte weg und bei 0 ist es nicht mehr 16. Weil es ist 8. Man muss ja eine Möglichkeit haben, dass er reinscrollt. Das gilt für oben genauso. Die erste Y-Position ist 16. Da sieht man ihn vollständig. Und Sprites können 16 Pixel hoch sein. Tun wir es wieder in den Ursprung hin. Schauen wir uns das näher an. Wie soll er denn aussehen? Es ist eine 8x8 Karte. Es hat sogar auch eine gewisse Transparenz. Und das ist die gleiche Encodierung. Funktioniert das genauso wie die Tiles. Und 256 Tiles sind ein Byte. Und das ist Teil Hex 90. Es gibt das Flip X-Bit. Man braucht keine zwei Goombas. Wenn er sich bewegt, dann flippt man ihn einfach. Und wenn man ihn auf den Kopf dreht, dann ist er tot. Und wenn man ihn umdreht und nochmal flippt, dann hat man einen toten Goomba, der nach rechts bewegt. Position wird wieder richtig. Das letzte ist die Palette. Eine Pixel-Kombination, eine 1-Bit-Kombination ist sichtbar, durchsichtig. Man hat also nur drei Farben frei. Man wollte nicht drei Farben vorschreiben. Ihr könnt auswählen, welche drei der vier möglichen Farben ihr habt. Und die Sprites können auch unterschiedliche Paletten haben, weil es zwei Paletten gibt. Benutzt ihr also Palette 1 oder Palette 2? Und so kann man auch die Farbe des Spites verändern. Ein weiterer Bit ist Priorität. Wo geht er hin im Bereich zum Vordergrund? Wenn er ein 1 ist, dann ist es vor allen weißen Pixeln. Dann ist er vor weiß, aber hinter anderen Farben. Das geht um Pixel, die Wert Null haben im Hintergrund. Und wenn man eine andere Farbe nennt, wäre der Goomba ganz vorne. Wenn wir die Priorität auf Null seien, dann ist er vor allem anderen, bis auf die durchsichtigen Pixel. Sprite-Spite-Priority, da gibt es, das ist fixt. Der Goomba ist vor dem Quadrat, weil seine Position niedriger ist als die des Quadrats. Der Sprite mit einer höheren Nummer gewinnt immer, weil er ein Array im Hauptspeicher ist und wird dann vor den anderen gezeigt, die eine niedrige Nummer haben. Und wenn wir das ändern, dann geht sozusagen das weiße Quadrat vor. Damit kann man Flacke-Effekte machen. Ihr könnt 40 Sprites auf dem Screen maximal gleichzeitig haben, aber es gibt andere Beschreibungen. Es gibt nur 10 Sprites pro Linie, wenn ihr einen... Und das zählt aber pro Pixel-Linie. Das heißt, er würde dann tatsächlich Sachen abschneiden, wenn es eine Überschneidung gibt. Es ist der elfte sichtbare Sprite in der Reihenfolge, die der Programmierer entscheidet. Das ist der vorstellige OAM-Entree. Er pußt fast hervorragend in 4 Bytes. Das ist einer in Memory, FE00. Dort sind diese Einträge. Es gibt 40 von innen für die 40 Sprites. Und das nennt sich das OAM-Rahm. Das ist ein Sonderrahmen an diesem Ort im Speicher. Das ist nicht Teil des Videospreichers. Was ich noch dazu sagen sollte, selbst der kleine Mario ist zu groß für 8 Bytes. Das sind dann eben 4 Sprites zusammen und genauso arbeitet das Spiel. Es gibt Sprites, die 16 Pixel hoch sind. Aber das komplette Spiel müsste sich dann um 16 Pixel große Sprites handeln. Es gibt 3 Ebenen. Es gibt noch etwas, was ihr komplett einschalten könnt. Ihr könnt das Display ausschalten können, weil es eine Farbe ist. Das ist ein bisschen heller als Weiß. Nicht sehr nützlich. Weil das geht aber nur ganz aus. Das ist nicht so nützlich. Wenn man das einschaltet, bekommt man Weiß. Wenn es leicht grau sein soll, ist es 1. Dann wird die Farbe ersetzt. Dann kann man ein Fenster machen. Es gibt hier keine Durchsichtigkeit. Und die Sprites kann man drüber legen. Und in Sprites ist es nicht so wichtig, es gibt da kein Clipping, weil sie zwischen Hintergrundpixeln und Vordergrundpixeln nicht unterscheiden. Wie funktioniert das mit der Speicherkarte? 4 KB Sprites, 4 KB Hintergrund, 1 KB Hintergrundkarte, 2032 und 1 KB für das Fenster. Das ist nicht so effizient, aber das war einfacher. Wir haben nur 8 KB Video-Ram. Dann, wenn wir das verteilen, haben wir schon keinen Speicher mehr. Was machen wir mit den Background-Teils? Dann müssen sie sich halt überschneiden. Es gibt unterschiedliche Konfigurationen, 3 Bits. Wir können 3 Bits komplett überlappen lassen. Und wir können die anderen auch verschieben. Wir können sie am selben Ort haben. Was bedeutet das? Eine Konfiguration der Background-Teils, der Hintergrund und die Sprites haben dasselbe Format. 2 Bits pro Pixel, aber sie könnten das gleiche Quadrat belegen. Aber man könnte sie auch so verteilen. Die ersten Sprite-Teils wären gemischt und der Hintergrund wäre dann alles einzig. Oder man kann einen Bereich verwenden, die beides verwenden. Super Mario Land macht das eben so. Die ersten zwei Drittel sind für Sprites und die letzte ist für den Hintergrund. Der nächste Schritt ist vertikale Zeitberechnung, vertikales Timing. Wie in den sogenannten COT-Systemen. Die alten Systeme sind sehr langsam. Sie malen von oben nach unten und von links nach rechts. Das gilt für einen Game Boy auch. Genauso malt er das 60 Mal in der Sekunde, Zeile pro Zeile von links nach rechts. Das haben sie deswegen gemacht, nicht weil sie das Alte wiederverwenden wollen, sondern sie haben das von Null auf entwickelt. Aber ein LCD muss eben 60 Mal pro Sekunde neu geschrieben werden. Wenn ihr bestimmte Effekte haben wollt, die ihr anders nicht machen könnt, hier habt ihr unterschiedliche Bereiche des Bildschirms verhalten sich unterschiedlich. Schauen wir uns das Scrolling mal an. Insbesondere die Stadt im Hintergrund. Das Beste wäre natürlich, wenn er sich selbst bewegt. Wir möchten aber nur einen Teil bewegen. Und er macht das mit den Extra-Registern. Wenn ihr 8-Bit-Programmierung gesehen habt, dann kennt ihr das alles schon. Und ihr könnt sehen, welche Reihe jetzt gerade geschrieben wird oder in einem Moment geschrieben wird. Und ihr müsst nicht warten. Ihr könnt einen Interrupt setzen. Der wird dich dann aufhecken, sobald eine bestimmte Zeile erreicht wird. Setzen wir das Scroll-X-Register auf Null und beginnen wir an Linie 8. Er schreibt das alles mit einem Offset von Null. Jetzt hat unser Programm seinen Interrupt setzen auf 23 und der nächste Bildschirme wird das weitersetzen. Und wir vergleichen es und dann schreibt er weiter mit einem gewissen Offset. Dann benutzen wir einen anderen Wert. Dann wird er hier weitermalen. Es gibt dann noch einen netten Trick, das sprechen wir später drüber. Dann setzen wir es wieder auf Null, weil der Dashboard gar nicht scrollt. Und wir machen das gleiche auf dem nächsten Bildschirm. Dieses Beispiel. Man muss nicht nur das Extra-Register verwenden. Der Mario ist ein Fenster. Der oben rechts. Das Fenster wird von rechts nach links geschrieben werden. Ihr könnt es nicht nur zur Hälfte schreiben. Aber es gibt einen Trick. Ihr beginnt an Linie 0, schreibt das Fenster an und triggert wieder bei Line 40 und schaltet es dann ab. Wenn Linie 40 geschrieben wird, welches Fenster? Es gibt dieses Fenster nicht. Also wird nicht weitergeschrieben. Ihr könnt das in ganz vielen Spielen sehen. Manche von den Tricks funktionieren. Andere brauchen das Screensplitting. Wenn ihr nicht nur auf Linien triggert, sondern wenn ihr etwas Witziges auf einer Linie tut. Ihr seht links, was da passiert. Und rechts seht ihr den Speicher im Videoraum. Wenn ihr das verändert in jeder Linie, das SCX. Das ist die Kurve. Die wird als Transformationswert verwendet für jeden Wert, für jeden Speicher. Das Programm muss das in jeder Linie machen. Das muss es jedes Mal einen anderen SCX-Wert schreiben in den Register. Das muss man in jeder Linie machen. Das war mir mein Bild nicht gezeigt. Der Rennspieleffekt ist genau dasselbe. Das kann man im Videoraum sehen. Das ist eine Straße, die geht gerade aus. Aber es wird geändert zur Laufzeit, während das Bild geschrieben wird. Das ist die Quelle. Das ist das Bild, was wir sehen, wenn wir die Sprites ignorieren. Das ist die Kurve. Die ist benutzt, um die Grafisch zu verändern. Und das sind die Aufsätze des SCX. Wenn ihr SCX immer wieder aktualisiert, dann könnt ihr das so verändern, dass es wie eine Straße aussieht. Es gibt eine Linie mittel. Und die hat ein Muster. Und auch außerhalb der Straße gibt es sozusagen etwas zu sehen. Und deswegen, da ändert man einfach die Palette. Dieses Rally-Spiel benutzt auch Höhen und Tiefen. Man benutzt also nicht nur den Horizonten-Scroll-Register, sondern auch den Vertikalen-Scroll-Register. Dann könnt ihr die Linien verdoppeln und kleben lassen. Mit guter Magnetik kommt ihr da hin. Und wenn ihr beides gleichzeitig updatet, mitten in aller Linie, dann bekommt ihr diesen Effekt. Der ist zweidimensional. Wir müssen aber noch ein bisschen tiefer gehen. Horizontale Timing. Was passiert, während eine Linie gezeichnet wird? Das ist der Pixel-Transfer-Modus der PPU. Der nimmt irgendwie 34 Zirkel und hat 144 Lines. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, dass am Ende der ersten Linie erstmal der erste Pixel der nächsten Linie gezeichnet wird. Das passiert aber nicht. Das ist eine extra ORM-Suche am Anfang, die 20 Clocks hat und eine H-Blank-Bereich. Und sonst idlet die PPU, es geht wie Blind-Modus. Da macht die PPU nichts zwischen den Bildschirmen. Jetzt rechnen wir mal ein bisschen. Eine Linie hat 114 Clocks. 154 Lines sind so viele Clocks pro Bildschirm. Und wenn du das dadurch teilst, dann gehst du Refresh 9 von ungefähr 60 Hertz. Das sind die Modes, in denen die PPU sein kann. Das kann sie wissen und ihr könnt Interrupts da reinschreiben. Und warum wirst du sie das wissen? Mal gucken, was in diesen Modes ab ist. In diesem 20 Circle ORM-Search muss man erstmal entscheiden, welche Sprites sichtbar sind. Das sind halt 40 Sprites im System. Und es muss die alle filtern, die Sprites finden, die sichtbar sind. Und in ein 10 Sprite Array reintun. Und die Logik dafür ist, dass die Exposition nicht null sein kann. Dann werden sie nämlich unsichtbar. Und die Line, die wir schon zeichnen, muss zwischen der ersten und der letzten Line des Sprites sein. Da gibt es also ein Visible Sprite Array. Im Original-Gameboy war ein lustiger Bug. Wenn du irgendwas rechnest, immer die 16-Bit-Rechnung mit Nummern zwischen FE00 und FEFF, das heißt, wenn ihr darauf nicht zugreift, dann wird der RAM zerstört im ORM-Modus. Also, warum sollte man sich dafür interessieren, was noch los ist? CPU ist mit dem RAM verbunden. PPU ist mit dem Video-Ram verbunden. Und ORM-Ram. PPU ist verbindend mit dem ORM-Ram auch verbunden. Man kann es auch zum Video-Ram schreiben, aber so macht man es nicht. So braucht man doppelt so schnellen Video-Ram. C46 macht das so, aber auf dem Gameboy geht es durch die PPU. Das ist dieser große Switch, wo die PPU sagt, kannst du darauf zugreifen. Wenn es schreibt, passiert nichts. Wenn es lese, kriegt es das FF. Die CPU muss dafür sorgen, dass die PPU im richtigen Modus ist, damit es zugreifen kann. Beim Pixel-Transfer kann man es auch schon Video-Ram nicht zugreifen. Aber wegen ORM-Search und H-Blank und V-Blank könnt ihr das machen. Ne, ORM-Ram zugreifen wollt, dann könnt ihr das in ORM- oder Pixel-Transfer, weil da die Pixel geschrieben werden, da braucht es auch die PPU. In diesen Zeiten, da müsst ihr also sehr vorsichtig sein, während dieser Bildschirm geschrieben wird. Das ist also alles Bad Area, also da sollte man nichts drin machen. Wenn ihr zum Beispiel neue Säulen in den Hintergrund reinschieben wollt, dann müsst ihr das über V-Blank machen, weil es da die meiste Zeit gibt. Und die ganze Game-AI und die Spiellogik kann darüber gemacht werden. Mit einer Ausnahme, ihr könnt die neuen Sprite-Positionen da nicht reinschreiben, weil da ORM passiert. Die Spiele updaten die Sprites, also meistens in Shadow-ORM, also eine Kopie davon, und kopieren das dann in den echten ORM. Sie kopieren also einen Block von DAW, in einer von diesen Quellen, in eine von diesen Locations. Das ist jetzt nicht mit fast den Größenverhältnissen. Das muss man nicht selbst machen. Da gibt es eine DMR-Funktion. Ihr schreibt einfach einen Block, den ihr kopieren wollt, in diese Location, das braucht 160 Klopps. Wenn es das tut, läuft die CPU weiter, kann aber die ganzen Quellenadressen nicht zugreifen muss, also warten. Aber weil der Code irgendwo herkommen muss, könnt ihr es nur gegen den Arch-ATRAM reintun, was auch ganz lustig ist zu wissen. Also Pixel-Pipeline, lass mal richtig tief reingehen. Das ist Cutting-Edge. Und da waren ein paar Sachen, die wir vorher nicht wussten, also nicht in der Öffentlichkeit. Pixel-Pifo ist das Zentralkonzept, dessen wie der Game Boy seine Bilder malt. Wir haben also ein paar Pixel auf dem LCD, da sind schon fünf Pixel drauf, zum LCD geschickt. Und die Pixel-Pifo sagt, das sind ein paar Pixeln. In jedem 4-MHz-Schritt wird ein Pixel rausgeschmissen und schickt es zum LCD. Und macht das mal wieder. Ihr seht vielleicht, dass der grüne Knopf gerade rot wurde. Die Pixel-Pifo muss nämlich mehr als 8 Pixel haben, um es rauszuschmeißen. Und warum, das sehen wir gleich. Hier kriegen wir dann neues Data rein. Das macht der Fetcher. Der nimmt Hintergrund-Tiles. Es liest also die Teilnummer aus dem Background. In einem Cycle. Und im nächsten Zeitel liest es den ersten Teil. Und den zweiten Teil vom Teil-Ram. Da jede Linie des Teils 16-Bits hat, daraus baut es 8 neue Pixel. Es fängt wieder neu an, geht zum nächsten Ort und kann wieder die nächsten 8 Pixel oben in die Pifo rein holen und kann das immer wieder rausdrücken. Was nicht tut, ist, dass das Pixel raus pusht und wenn es fertig ist, neue holt. Es geht natürlich nicht, es macht alles gleichzeitig. Also, lasst es nochmal durchgehen. Die Pifo läuft auch nicht zu schnell. Macht also zwei Schübe und der Fetch kann einen Schritt also push, push. Und da haben wir den ersten Byte. Schub, schub. Und da haben wir den zweiten Teil der Daten. An diesem Punkt kann es keine Daten in die Pifo tun, weil die Pifo noch nicht leer ist. Es muss dann nochmal für zwei Cycles gewartet werden. Dann wartet es kurz und dann tut es neue Daten rein. Also, wenn ihr die Speicherzugriff-Muster anguckt, dann seht ihr das. Also, nochmal. Der Pifo schiebt Pixel in ein Pixel pro Cycle und pausiert, wenn es nicht mehr als 8 Pixel hat. Fetch schiebt drei Pixel jeweils rein und, ja, Scrolling ist sehr einfach. Zum Beispiel, wenn wir drei Pixel zurück machen, dann werden einfach die letzten drei Pixel weggeschmissen und am Ende wird es sehr spannend, wenn wir so 160 haben wollen, könnten im Pifo schon die nächsten Pixel drin sein, die wir nicht schreiben können. Und der Pifo fetcht gerade den nächsten Teil, den wir gar nicht haben wollen. Und dann hat es einfach zu viel gemacht, stoppt, und dann hat es ein Edge Back. Darum braucht eine Linie 44, ähm, 44, äh, 43, äh, 43, äh, 43 Klocks und ich 44. Na ja, hier sind wir bei dieser Fensterposition, Pifo ist irgendwo in der Mitte, dann klärt es das alles und dann wird die Pifo gestoppt, weil wir diese Pixel nicht mehr haben wollen, die da schon aufgereiht sind. Fetch geht also zur Map und wird neu gestartet, macht Tile, Fetch, Data Fetch, Data Fetch und holt die Sachen aus dem Fenster ins Pixel-Pfeil vor, wechselt das aus und dann werden da Windelfenster-Pixel gezeichnet. Und jetzt sagen wir mal an Position 26 ist da irgendwie ein Sprite, FIFO ist drin und Fetch ist irgendwo in der Mitte und dann kann es nicht mehr Pixel rausschieben. Wir verändern also den Fetch zum Sprite-Fetch und laden dann neu. Wir kriegen also die Sprite-Informationen und anstatt es ans Ende zu tun, tun wir es über die 8 Pixel, die wir am Anfang haben und mischen das da rein. Und das sagt, warum FIFO 8 Pixel haben muss, weil so die Sprites reingemischt werden. Das ist sehr stark ein Kontrast zu anderen Systemen, wo einfach nur Pixel die ganze Zeit rausgepusht werden, bis das Fenster anfängt und dann wird das Fenster gecleared. Wir schieben keine mehr raus für eine ganze Weile, bis FIFO die Fensterdaten hat und dann macht es weiter. Hat also 43 Glocks oder mehr, je nach Bildschirm. Das kann auch mehr sein. Das ist auf dem LCD, das könnt ihr da machen. Könnt auch aufhören. Vor allem CRT-System könnt ihr das nicht. Von C64 zum Beispiel muss eine Linie immer 40 Glocks haben, weil jeder Pixel, der zum Spiel kommt, nach rechts sichtbar verschoben wird. Es ist also nicht ganz genau, dass wir 40 Glocks haben. Es sind mehr so 43+. Die Age-Blank-Area heißt einfach nur, dass das übrig ist. Und praktisch ist es mehr, wie es aussieht, je nachdem, was die Sprites sind und was für ein Bildschirm ihr habt. Ich war also nicht ganz ehrlich darüber. Es werden keine Farben gestort. Stort-Informationen, die Originalinformationen der Bit-Kombinationen. Zum Beispiel sind das hier neun Hintergrundpixel. Das ist mit dem Fetch genauso. Es macht auch keine Farben. Es macht Bit-Kombinationen plus die Information, welche Sprite-Palette oder welche Quelle es war. Und das schreiben wir auf den Hintergrund mit Sprite 100. Das ist also durchsichtig. Das gewinnt der Hintergrund. Und hier gewinnt die Sprite, weil es auf den Background schreibt. Und das stimmt für die meisten Pixel. Wir können sehen, das ist ein Sprite der Palette 1. Er ist wieder durchsichtig. Das heißt, der Hintergrund gewinnt. Machen wir das mit einem anderen Sprite, der an der gleichen Ort ist. Im ersten Fall ist das ein Sprite mit der Palette 0. Schreibt vor dem Hintergrund. Er gewinnt. Ein neuer Sprite wird nicht dorthin geschrieben. Da gibt es ja schon einen Sprite. Also gewinnt der alte. Und so werden Sprites, die schon rechts waren, die Sprites nicht überschreiben. Und Sprites mit höheren Zahlen überschreiben, nicht Sprite mit niedrigen Nummern. Wenn wir die Palette anwenden, das wird nur ganz am Ende gemacht, wenn das Pixel verschoben wird. Wir ändern die Palette in eine Farbe und es geht auf den SED. Gucken nach, konvertieren, SED. Nachgucken, konvertieren, Schwarz. Und genau so macht das der Game Boy Color auch. Beginnen wir mit dem Super Game Boy. Schon bestehende Spiele konnten noch eingefärbt werden. Man hat die drei Farben, können jetzt RGB-Farben werden. Alles andere bleibt exakt gleich. Sobald man das macht, sobald wir es rausschieben, guckt danach. RGB-Farbe. Gibt einen pinken Pixel. 11, S1. Hier, schwarzer Pixel auf dem Bildschirm. Noch ein Beispiel mehr. 0.1 von S1. Das ist ein Sprite aus Palette 1. Geht auf den Plin. Das ist der Ende des technischen Teils. Das technische Teil. Wir haben noch fünf Minuten. Entwicklung. Reden wir über Entwicklung. Wenn ihr Game Boy-Spiele entwickeln wollt, es gibt eine ganze Reihe von Tools. Das Repnex Game Boy Entwicklungssystem sind Kommandozeilen-Utelle. Diese sind ja nett für Mac-Files und eurem Lieblingseditor. Wenn ihr debuggen wollt, gibt es den BGB-Emulator-Debagger. Der ist für Windows, funktioniert aber in Vine ebenfalls. Auf OS X oder Linux. Es hat einen Debagger, Single-Stepping-Breakpoints. Und es hat diese schöne Anzeige des Rahmens, dass ihr wisst, was im Videorahmen passiert. Das ist auch sehr toll, um Demos zu machen. Wenn ihr auf das echte Hardware laufen lasst, dann gibt es den EverDrive GB. Da könnt ihr eine SD-Card rein tun, weil wir noch vier Minuten haben. Dann meine Lieblingsperipherie ist die Game Boy-Kamera, aber nicht von einer technischen Perspektive. Nur wie cool das ist. Das ist die Game Boy-Kamera. Die kommt hinten rein. Macht nette Bilder. Kann auf dem Game Boy-Drucker ausgedruckt werden. Auf Thermalpapier. Wenn ihr das Papier irgendwo herbekommt. Und man kann richtig tolle Bilder machen. Genau wie die hier. Lass uns reinzoomen. Das sind echt nette Bilder. Jedes Bild wird auf dem CCD. Das hat vier Kilopixel und eine Bit-Tiefe von zwei. Wenn ihr wieder auf eine Reise geht, nehmt den Game Boy, nehmt die Game Boy-Kamera. Ihr braucht noch einen PC mit einer Parallel-Kamera und das Link-Cable. Das gibt es aber nicht mehr auf Ebay. Vielen Dank an die Leute, die beim Debuggen geholfen haben. Die haben mir geholfen mit der Präsentation auch. Diese Leute haben mir bei anderen Sachen geholfen. Also. In dieser Serie der ultimativen Talks, das war der fünfte Talk. Was kommt als nächstes? Es muss nächstes Jahr ja auch ein Talk geben. Ich schlage vor, für 34C3 schlage ich vor. Dominik Wagner spricht über den ultimativen Archon Archimedes. Und Janis Hardner soll über den ultimativen Super Nintendo Talk geben. Es ist eure Wahl. Ihr könnt diese Talks machen oder euch einen Schwung Eiswasser über den Kopf schütten. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis nächstes Jahr. Keil. Keil. Bis zum nächsten Mal.